Hallöchen liebe Bastelfreunde und herzlich willkommen jetzt zu einer neuen Video-Folge mit dem Terminator T800. Tja, ich kann ihn jetzt gerade nicht hochhalten, weil er genau hinter mir im Regal liegt. Sicher verstaut, denn wir werden ein paar Ausgaben schon weiter als euer letzter Videostand verbauen. Und zwar hatte ich ja das Ganze schon im Miura Video, also vom Lamborghini angesprochen, dass wir aus privaten Gründen wenig Zeit haben zurzeit und auch bisher hatten. Deswegen habe ich, wie bei vielen Modellen, mittlerweile Stillen für mich selbst weitergebaut und dasselbe habe ich auch für den Terminator gemacht und habe auch schon, jetzt wie ihr im Thumbnail lesen könnt, jetzt bis Ausgabe 116, also das ist jetzt bis 113, einmal das Podest und wir werden jetzt zusammen im Video die 114, 115 und 116 grob abarbeiten, also ich werde das jetzt hier nicht Schritt für Schritt im Detail zeigen, aber bloß, dass ihr mal wieder ein aktuelles Video hier vom Terminator habt, denn das, habe ich jetzt gerade gelesen, ist die vorletzte Lieferung, bevor das Modell komplett abgeschlossen wird. Deswegen dachte ich, hey, komm, zeige ich euch mal wieder was, außerdem seid ihr bestimmt auch gespannt, wie es hier weitergeht. In dem Sinne, fangen wir jetzt als nächstes mit der großen Platine für die Konsole hier unten, also für das Board an und ja, ich lade euch da natürlich rein, mir kurz über die Schulter zu schauen, lasst gerne noch ein kostenloses Abonnement hier auf dem Kanal da, wenn es euch gefällt, einen Daumen nach oben und Kommentare sind natürlich gern gesehen. So, wir fangen also jetzt auf der Unterseite an mit dem Einbau der Platine. Es gibt vorab, für die, wo das Modell auch bauen, habt da bestimmt gesehen, dass ihr ein Kabel hier mit einem Zettel markieren sollt, das habe ich jetzt hier wie eine Anleitung zu meiner rechten Oberhalb und dann können wir uns hier schon die Platine nehmen und mit den Steckern hier in die Ecke rein, so hier aufsetzen und dann können wir das hier mit den beigefügten Schrauben einmal festdrehen und natürlich jetzt etwas vorsichtig machen, dass unten nichts abbricht. So, nachdem die Platine fest ist, können wir die Stromkabel hier, oder den Steckern zuführen. Ich habe die hier zusätzlich noch mit dem Teser festgemacht, damit die da nicht verrutschen. So, als nächstes, an der Stelle, wo der Totenkopf auf der Außenseite hier drauf ist, also man sieht es hier an der Form, wird jetzt von oben der Startstecker einmal hier durchgeführt, dann wird er hier durch eingeknipst. So, und dann führen wir den Stecker zu dem unteren Dicken. So, jetzt können wir auch mal ein bisschen Kläberbein festmachen. So, und dann kommt der Lautsprecher zum Einsatz. Da wird hier als erstes so ein schwarzer Plastikring außen drüber geführt, damit wir den festschrauben können, und das Ganze passiert hier. So, ich schaue gerade eben, Kabelführung soll nach unten zeigen. Also so hier. Bei der Lautsprecher ist man richtig massiv, das ist man gar nicht gewohnt so von den anderen Lautsprechern, die sind ja bloß ein Viertel so groß. Also der hat schon ordentlich Gewicht. So, und dann wird der hier etwas festgeschraubt. Das ist gar nicht so leicht, wenn der Magnet vom Lautsprecher schwerer ist, also anziehender als der vom Schraubendreher. Das ist gar nicht so leicht, wenn der Mannsprecher schwerer ist. So, alle übrigen Teile heben wir auf, und dann kommen wir auch schon zum letzten Schritt 116. Und zwar gibt es hier die erste, oder aus der Ausgabe 115, die erste MDF-Platte hier für den Boden, das war schön auch mitsammelbezogen, ne, finde ich echt klasse. Und ja, den setzen wir hier als erstes hier auf dem Bereich über dem Lautsprecher, auf diesen Füßen hier auf, und drehen das Ganze mit, mal schauen, mit den dicken mitgelieferten Schrauben hier fest. So, jetzt geht's. So, und dann machen wir die zweite Platte direkt hier daneben. Ich hoffe ja, dass durch die ganze Konstruktion die Plastikplatten hier, also die oberen Platten, noch ein bisschen mehr Stabilität bekommen, weil die sind ja jetzt tatsächlich nur außen über diese kleinen Metallplätzchen zusammengeschraubt, aber in der Mitte flattern die alle noch hin und her. So, deswegen bin ich mal gespannt, dass das funktioniert. Aber hier in der 116 ist ja eine große Metallplatte dabei, vielleicht kommt die noch hier gleich in die Mitte. Mal schauen. Also, nicht gleich, weil wir müssen ja noch andere Stecker anbringen, weil hier fehlt ja noch die Strombesorgung. also, hier ist ja noch die Strombesorgung. So, ja, damit sind wir tatsächlich fertig. Die schwere Platte hier, wo ich dachte, dass wir die noch hier vielleicht drauf machen. Ich packe die einfach raus. Wir halten das mal Probe an. Das ist nämlich eine ganz schön massive Platte. Jetzt kann man nicht vorstellen, dass die hier hinkommt. Obwohl doch der Lachabstand passt. Okay, also kommt die tatsächlich dann hier wahrscheinlich drüber. Damit die Platte dann quasi auch ein massives Gewicht hat, wo sie dann auch den Terminator später halten kann. Ohne dass der einfach aufgrund seiner Schwerpunkte es umkippt. Ja, dann sind wir für heute fertig. So, ihr Lieben, das war es dann aber auch schon wieder für die Videofolge. Ich schaue mal, ob ich das hier so ein bisschen hochhalten kann. Damit man hier das Podest nochmal im Ganzen sieht. Mit den vier Rückstrahlern. Und so sieht es dann jetzt von unten aus mit Verkabelung und den ersten zwei Ampia-Platten. Und in dem Sinne warten wir einfach auf die nächste und vor allem auch die letzte Lieferung hier für den Terminator. Denn dann ist Lieferung 30 und das Modell findet seinen Abschluss. Ich wünsche euch jedenfalls viel Spaß vom Nachbarn und Sektor hat Tschüss und bis zum nächsten Mal.